oh mein gott so hier sind wir wieder bei der nächsten aufnahme von daylight und ja es ist immer noch nach kommentiert nächste folge nicht mehr zum glück okay wir haben vier von sechs relikte und müssen jetzt erst mal ein paar mehr finden ich überlege gerade wo wir lang gehen sollen weil ich habe keinen bock mehr diesen schatten über den weg zu laufen kann erst mal hier ein bisschen gucken wir haben wieder diese komischen dinge auf dem arm okay da ist das ding da wo wir der schlüssel rein muss aber wir müssen erst mal dieses wort der herr oh mein gott muss ich auch meine liebe so ja hier ist der schlüssel und wir brauchen diesen key so erst mal hier wieder ein bisschen grünes licht okay für fail so aber hier ist auch nichts mehr ich gucke jetzt einmal mit diesem grün lichte durch weil besetzt und schlecht naja so was haben wir hier ventilator okay hier waren wir überall schon wir haben irgendwo zwei relikte übersehen und die brauchen wir um dann dieses ding da zu kriegen bedrohung ist schon angestiegen wie wir sehen können und das ist natürlich gut die ist immer noch besetzt und da okay ich fahre mit dem auch dass die da rauskommt wer immer da auch jetzt darauf ist auf dem pot okay da war aber schon mal nix ein satz mit x das war aber nix okay gehen wir mal hier lang gucken einfach mal ein bisschen hier oben oh gott ich habe hunger so aber hier ist auch wieder eine sackgasse ein bisschen scheiße ist das ich überlege gerade wo wir sagen gehen können da waren wir waren eigentlich überall schon irgendwo müssen wir das übersehen haben ist dieser gemeinschafts community raum oh mein gott dieses blöde stück scheiße also jetzt habe ich sogar eine nachkommentierung richtig schocken oh mein gott okay aber jetzt ganz schnell weg also da war auf jeden fall da muss ja irgendwie die schlüssel rein wir müssen aber dieses die bedrohung die steigt und steigt das ist nicht gut da war noch ist noch ein kasten da habe ich gar nicht aufgemacht eine aufnahme auch nicht schlecht ne naja wird schon da waren wir aber schon glaube ich oder stelle ich auf jeden fall nichts aufmachen so dann gehen wir mal hier noch mal lang irgendwo müssen wir etwas übersehen haben zwei fehlen uns noch wie man unten rechts ganz schön sehen kann okay stühle stühle wände sackgassen aber sonst keine relikte man könnte dann noch eins versteckt sein ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen hier und da irgendwo muss ja eins sein da ist ja unser ding aber hier haben wir leider nichts wir müssen erst mal die relikte finden dann kriegen wir auch diesen komischen orden oder diesen schlüssel oder whatever und dann dann geht es ab meine lieben freunde aber jetzt ein bisschen langweilig gerade natürlich okay gehen wir einfach mal weiter ich will sagen wir gehen einfach noch mal raus und gucken einfach noch ein bisschen weiter er hat geklingelt jetzt kann ich leider nicht gehört so einfach mal was hier ist auch mein gott klar bis hackt der mail so ein scheiß aber auch wie wir signal fackeln eine haben wir noch lauf das scheiß drauf das ding ist ja jetzt weg digga selber reanimieren das so weitergeht ich weiß das geht nichts aber den hier die hatten wir schon mal in der letzten folge umgelegt aber dann kann man auch nicht umlegen das heißt wir haben eigentlich alles richtig gemacht da oben haben wir auch nichts vergessen gut da sind waren auch nämlich keine von diesen dingern okay hier können wir ein bisschen gucken finden wir bestimmt noch eins so leuchtstahl leuchtstäbe haben wir schon mal ach hier haben wir 1 super okay heffling 203 wurde heute nacht tot in seiner zelle aufgehoben sein körper war verdreht und verringt und wie ein rattenes ich weiß nicht wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat ich weiß nur dass ich einen ohren betäumten schrei aus der isolationshaft gehört habe ich bin hinuntergehalt um zu sehen was los ist baxter stand schon in der in der einer ecke und kotze sich die seele aus dem leib wert war kreidebleich ja und so weiter das glaube ich nicht so relevant okay dann ich will mal ganz was gucken im einstellungsmenü weil ich glaube ich mache mir die soundeffekte ein bisschen weiter runter weil sonst kriege ich hier noch ein ohren schaden ne vibration noch mal an bestimmt lustig aber das wahrscheinlich nur für game controller graphics options also ja die brauchen wir nicht okay dann würde ich mal sagen gehen wir ja es passt schon ne so gehen wir mal zurück zur geschichte ja soundeffekte ein bisschen leiser da ist noch was okay das wartungsteam hat es an den elektrischen system des gefängnisses geführt es wurden keine anzeichen für beschädigte leitungen entdeckt der hauptgenerator ist voll funktions wenig sollten weiterhin problem auftreten empfehlen die wetter diese zu notieren und nachricht bei der verwaltung und eine nach bei der verwaltung zu hinterlassen okay wir haben alle relikte jetzt hoffe ich mal dass wir auch da jetzt hinkommen ich weiß nicht wollen wir so ein bisschen umschauen so ein bisschen nervenkitzel die bedrohung ist auf jeden fall gestiegen aber wie das ist natürlich nicht so gut wahrscheinlich kommt der spacko gleich mal wieder so jetzt gehen wir einfach noch mal hier weiter zu den dingen ein bisschen vorsichtiger das würde ich auch mal wissen okay wo ist dieser key das ist ja nicht das kann aber fliegen so wie ich es kann wenn ich wütend bin was das denn oh mein gott holy bibel auch nicht schlecht mein gott so sieht es aus wer ist dieser ort was das denn jetzt holy bibel heißt das buch oder unsere beziehungsweise schlüssel so wir müssen hier durch ohne eine signalfackel zu benutzen und ihr seht die bedrohung ja sie ist schon wenn du das siegelt wenn es kannst du nicht zwischen objekten wechsel einfach ihr handy weg lebt aber nein ist wie heute ne smartphone nicht aus der hand selbst wird zum leben und tot geht die bedrohung ist im arsch und finde ich scheiße man fast 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 wenn ich auf die map gegangen also ich sehe gar nicht mehr mein gott so türen sich zu machen hat man schon im kindergarten gelernt man holy shit da machst du einmal die map an und das monster kommt wieder vorbei als die sache die bedrohung ist jetzt wirklich auf ein maximum gestiegen ist es weg ich glaube es ist direkt hinter mir wie heißt diese trailer noch mal don't look back wenn man den trailer von diesem dinge anguckt okay das blut verschwindet oder was das rum ist scheiße man okay wir müssen zu oh nein oh mein gott da ist das taucht einfach mal aus nix aufmann ich würde sagen wir laufen jetzt einfach durch aber das ding ist wenn wir laufen kann ich auf die map gucken naja einfach mal yolo laufen ne so okay der is coming okay also wir irgendwo muss dieses schloss sein das fängt hier so ja man du wirst vom geiste voll aber lass stecken da ist es super 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 los 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 oh mein gott ja okay okay der spielstatus wird gespeichert okay ich würde sagen wir beenden dann einfach mal die aufnahme wo wir wollen wir noch mal ganz kurz was gut oder wollen wir weitermachen nee warte mal wir sind ja schon bei ein paar minütchen ja ich würde sagen eigentlich passt das perfekt denn wir sind schon jetzt fast bei knapp zehn minuten ich kann mir ganz kurz noch mal umgucken da liegt noch ein relikt oder sowas was das auch immer ist die bedrohung ist zum lück wieder auf ein minimum gesunken das heißt nix bedrohlich ist aber mal kurz doch ja lass mal die notiz durchlesen kriegen sie sie rein auch nicht schlecht weil du mal jetzt muss da muss doch gehen jetzt aber die methoden des doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell aber die ergebnisse sprechen für sich nicht nur dass sie fortschrittlich fortschritte für die wissenschaft erzielt und leben gerettet haben wir konnten diese dreck säcken auch mehrere geständnisse entlocken die taten zu denen sie sich bekannt hagen bekannt haben machen mich krank ich kann nicht glauben dass ich jemals an merke gezweifelt habe ja der neue chef als und was sich hier hinter verbirgt werden wir in der nächsten folge fahren tschau